Hallo und herzlich willkommen zum Natürlich Gesund Podcast. Mein Name ist Katharina und ich bin ganzheitliche ayurvedische Ernährungs- und Gesundheitsberaterin, Beraterin in Darmgesundheit und Yogalehrerin und ich freue mich total, dass du mir heute wieder zuhörst, denn es gibt eine neue Podcast-Folge zum Thema Yoga. Und bevor ich gleich mit der Podcast-Folge loslege, möchte ich einmal Brain Effect danken, dass sie die heutige Podcast-Folge unterstützt haben. Brain Effect ist ein Unternehmen aus Berlin für natürliche Nahrungsergänzungsmittel. Sie haben zum Beispiel das Produkt GARD, das ist ein Probiotika für eine ausgeglichene Darmflora, enthält 13 Milliarden lebende Bakterien, unterstützt die Darmflora mit 12 verschiedenen Bakterienstemmen. Außerdem ist mit Calcium, Vitamin B6, B12 für das Immunsystem Eisen- und Folsäure angereichert. Außerdem gibt es das Produkt SLEEP, was eine natürliche Einschlafhilfe mit Melatonin ist. Es enthält ein Milligramm Melatonin, was zuständig ist für den menschlichen Tag-Nachtrhythmus und ist mit beruhigenden und natürlichen Inhaltsstoffen wie Zitronenmelisse, Passionsblube und Magnesium kombiniert. Man kann es einfach kurz vor dem Schlafengehen einnehmen und mit dem Code TASTY20, TASTY großgeschrieben, habt ihr die Möglichkeit, 20% Rabatt auf euren Einkauf zu erhalten. Alle weiteren Infos findet ihr in den Shownotes. Ja, und dann geht es jetzt mit der heutigen Podcast-Folge los. Und zwar wisst ihr, dass bei mir sowieso, das ist mein Ansatz, aber auch in meinem Podcast geht es viel um ganzheitliche Gesundheit. Und in der letzten Zeit hatte ich ganz viele Themen zur Ernährung und die ist auch super, super wichtig. Also die Ernährung finde ich jetzt immer die Basis von allem und macht einfach einen Riesenunterschied, wenn es darum geht, dass man entweder Krankheiten auch vorbeugen möchte oder man bestimmte Beschwerden hat und denen entgegenwirken möchte oder wenn man sich einfach generell gesund und fit fühlen möchte und um einfach wirklich einen gesunden Körper zu haben. Aber Ernährung ist nur ein Pfad und nur ein Pfeiler von ganz, ganz vielen. Und wenn wir halt über Gesundheit sprechen oder auch über Energie, dann ist das am Ende eine Summe von ganz vielen verschiedenen Dingen. Und ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn jemand zu mir kommt oder auch generell behauptet, dass er nur auf eine Sache schwört und alles andere wäre total egal. Weil ich, also ich rede auch wirklich von mir selber, weil ich hatte selber auch mal eine Phase, wo ich meinen Fokus nur auf Ernährung gelegt habe, auf nichts anderes mehr. Und Ernährung für mich das Allerwichtigste war. Und ich alle anderen Dinge, alle anderen Bereiche, wie jetzt die körperliche Gesundheit, also im Sinne von der Fitness, die Natur, die Psyche vor allem, ja gerade die Ebene von der Psyche, die ich wirklich, ja, hinten vorgelassen habe und mich total nur eben auf Ernährung konzentriert habe. Und das ist so schön, weil wenn man das ja alles selber einmal durchgemacht hat, dann kann man danach auch anderen helfen, wenn man dann das Gefühl hat, man ist da schon so ein bisschen weiter und kann eben Tipps geben, wo andere auch von profitieren können, weil ich das immer wieder auch sehe in den Beratungen oder auch an den ganzen Nachrichten, die ich bekomme oder in den Kochkursen, dass der Fokus zu sehr eben auf der Ernährung ist, was grundsätzlich jetzt auch erstmal nichts Schlechtes ist, aber dass es eben noch so viel mehr Dinge gibt, wenn man gesund werden möchte oder einfach, ja, ein glückliches und gesundes Leben führen möchte, dann gibt es einfach noch so viel mehr Dinge als die Ernährung alleine. Und wenn wir jetzt so von verschiedenen Meilensteinen reden, dann ist für mich Ernährung auf jeden Fall eine Sache. Das Zweite ist für mich aber der Körper. Ja, also da gehört zum Beispiel so etwas wie Sport dazu, Bewegung. Und das Dritte ist für mich auf jeden Fall die Psyche, ja, also der Geist, die Psyche. Und das ist Meditation. Das sind aber auch so Dinge, wie wenn man Dinge lernt, also sich weiterbildet, lauter solche Sachen, dann ist auf jeden Fall ein großer Meilenstein Schlaf, was ja überall bei allen anderen Bereichen auch mit hineinwirkt. Und das Nächste ist für mich auch so ein bisschen Spiritualität und persönliche Weiterentwicklung, dass man einfach sich so ein bisschen vielleicht auch in was Größeres anwendet und dadurch auch so eine gewisse Kraft einfach in seinem Leben hat, was einem auch Sicherheit gibt, was einen total stärken kann. Und da sieht man schon, dass Ernährung eben nicht alles ist, ja, um am Ende eben gesund zu sein, sondern da wirken einfach noch so viel mehr Dinge hinein. Und unser Körper besteht nicht alleine irgendwie nur aus Verdauung, auch wenn aufgrund der Verdauung ganz, ganz viele Beschwerden entstehen können, sondern gerade unser Geist, ja, also unser Gehirn, wo eben der Geist auch untereinander mit drin sitzt, das hat einfach Auswirkungen auf deinen kompletten Körper. Und da kommt jetzt eben auch so ein bisschen Yoga mit rein, weil die Podcast-Folge soll nämlich auch, ja, um das Thema Yoga gehen, weil so viele haben sich das von mir gewünscht. Ich habe immer gedacht, eine alleine Podcast-Folge darüber zu machen. Ich weiß nicht, ob das jemanden interessiert. Aber ich habe so viele Nachrichten erreicht und E-Mails, ob ich nicht mal eine Podcast-Folge über Yoga machen kann, wie ich dazu gekommen bin, auch ein bisschen vielleicht mal eine Yoga-Lehrer-Ausbildung und was es in meinem Leben auch verändert hat und was ich vielleicht auch für Tipps geben könnte, um entweder Menschen, die vielleicht auch körperlich Probleme haben oder eben auch psychisch, um denen eben Yoga so ein bisschen näher zu bringen, wenn man vielleicht auch ein bisschen Respekt davor hat oder ja, vielleicht dachte, das ist einfach nichts für, ja, das ist nichts für einen. Und auch wenn man jetzt gerade zuhört und sagt, nee, also Yoga ist nichts für mich, empfehle ich trotzdem einfach dran zu bleiben, weil ich war auch ganz lange jemand, der gesagt hat, nee, also Yoga ist nichts für mich, das ist mir zu spirituell oder das ist zu langweilig, war vor allem immer meine Ansicht. Ich dachte, das ist einfach nur so entspannend und so ein bisschen dehnen und so. Und ja, also das fand ich einfach nicht so toll. Und das allererste Mal habe ich das ausprobiert, das war damals mit meiner Familie im Urlaub, da war ich mit meiner Mutter in einem Yoga-Kurs. und das war so eine Richtung, ich glaube, das war Ashtanga-Yoga war das damals. Das war ziemlich anstrengend und wir hatten ja beide keine Ahnung von Yoga und vor allem ich hatte überhaupt keine Ahnung von Yoga. Und da habe ich echt, da sind mir echt die Schuppen von den Augen gefallen, weil das war so anstrengend. Allein schon, wie lange wir teilweise in so einem herabschauenden Hund bleiben mussten, das war für mich damals, ich war fix und fertig und schweißgebadet und dachte mir, das ist ja furchtbar, da gehe ich nie wieder hin. Ja, also total lustig, weil was halt beim Yoga wirklich der Fall ist, das kann man sich eigentlich ein bisschen vorstellen wie eine Art Functional Training und zwar muss man halt mit dem eigenen Körpergewicht arbeiten. Und was eben das Schöne beim Yoga ist, im Vergleich zu vielen anderen Sportrichtungen, dass man den Atem mit der Bewegung verbindet, also das ist ja auch, daher kommt auch Vinyasa, dass praktisch jede Bewegung mit einem Atemzug verbunden ist, wenn man ins Fliesen kommt. Und gleichzeitig muss man eben mit seinem eigenen Körper arbeiten und man rotiert und mobilisiert seinen Körper sehr, sehr stark. Also in den meisten Sportarten werden ja meistens sehr statische, auch rhythmische Bewegungen gemacht, aber sie sind eben sehr, sehr statisch. Und ich sage immer, unser Körper ist eigentlich dafür gemacht, um einen Baum hochzuklettern und nicht einfach immer nur im 90-Grad-Winkel da zu sitzen und irgendwie die Arme so zur Seite, 15 Mal zur Seite und wieder in die Mitte zu schieben. Das ist zwar sicherlich auch gut, das möchte ich jetzt auch gar nicht schlecht machen, weil alles hat seinen Platz. Aber was eben das Schöne ist beim Yoga, ist, dass man den Körper einmal von Kopf bis Fuß durchbewegt und man alle Muskelgruppen einmal beansprucht. Kommt natürlich auch mal sehr darauf an, was für Yoga man macht, ja, also was für einen Stil man praktiziert, bei was für einem Lehrer man praktiziert. Aber grundsätzlich ist das schon so, ja, konzipiert, dass man einmal den kompletten Körper durchbewegt und dann eben den Atem mit der Bewegung verbindet. Und am Ende erfolgt dann immer noch eine Schlussentspannung, was ja auch eigentlich so das Eigentliche von Yoga ist. Weil wenn man nämlich einfach den Begriff Yoga anguckt und sich fragt, was bedeutet Yoga eigentlich, dann bedeutet Yoga übersetzt eigentlich Einheit, also Einheit mit Körper, Geist und Seele, dass man eben alles erstmal in eine Einheit bringt und ins Gleichgewicht. Und Yoga, daher steckt ja eine ganze Philosophie dahinter. Und was das Schöne eben bei Yoga ist, man muss Yoga nicht unbedingt immer nur praktizieren, wenn man spirituell ist, sondern man kann auch über einen komplett anderen Weg zum Yoga kommen und erstmal so das Spirituelle so ein bisschen weglassen. Weil so war das auch bei mir der Fall. Also ich habe dann irgendwann, habe ich dann gemerkt, dass mir Yoga vielleicht doch ganz gut tut und ich habe es dann einfach mal ausprobiert. Ich bin dann damals von einer Bekannten von uns, die hat ein kleines Yoga-Studio und da habe ich mich dann damals einfach angemeldet zur Probe und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Also da sieht man auch immer, dass es einfach total lehrerabhängig ist und da, wo man sich halt einfach gerade wohlfühlt, weil es gibt so viele verschiedene Yoga-Lehrer und ganz oft liegt das auch daran, wenn man sagt, dass einem Yoga nicht gefällt oder man das nicht mag, dass man einfach noch nicht den richtigen Yoga-Stil vielleicht für sich gefunden hat oder auch nicht den richtigen Yoga-Lehrer für einen selber. Weil für mich persönlich macht zum Beispiel die Stimme vom Yoga-Lehrer auch immer sehr, sehr viel aus und das ist ja was ganz Persönliches. Also manche können eine Stimme sehr, sehr gut hören, die ich nicht mag und auch andersrum. Und für mich war das immer sehr, sehr ausschlaggebend im Yoga-Unterricht, dass ich einfach die Stimme von dem Yoga-Lehrer mag, weil ich die halt einfach 90 Minuten ertragen muss in Anführungsstrichen und ich ja auch, mein Ziel ja unter anderem neben dem körperlichen, den Körper stärken, ist mein Ziel ja unter anderem auch, dass ich auch entspanne und so ein bisschen vom Alltagsstress so ein bisschen loslassen kann und wenn ich mir da einfach permanent denke, was ist denn das für eine Stimme oder das irgendwie unangenehm ist, dann kann ich das einfach nicht, also dann kann ich das nicht machen. Und auch das musste ich dann erst lernen, dass ich mir dann eher jemanden suche und das auch ein bisschen ausprobiere und verschiedene Stunden einfach mal ausprobiere, reinschnuppere und dann da bleibe, wo es mir auch gefällt. Und angefangen habe ich dann erst dann mit harter Yoga. Also ich habe dann damals so eine Zehnerkarte gebucht und bin einmal die Woche immer in Zugang gegangen und das war auch erst mal nicht mehr. Ich weiß noch, dass mir das eigentlich dann schon auch Spaß gemacht hat und ich auch gerne gemacht habe, aber dass ich immer so am Ende die Schlussentspannung so ein bisschen überflüssig fand und mir immer dachte, warum macht man das eigentlich? Jetzt kann ich da nur drüber lachen, weil ich dachte, zu dem Zeitpunkt habe ich Yoga definitiv noch nicht wirklich verstanden. Aber ja, also ich fand das einfach immer ein bisschen langweilig, wenn man am Ende dann auch so rumliegt und dann ist es auch noch komplett leise und keiner sagt was und ich muss diese Stille ertragen. Das war mir nicht so angenehm. Aber je mehr ich dann einfach Yoga praktiziert habe, je mehr habe ich das dann auch mal in den Alltag integriert und habe dann morgens, bevor ich damals in die Uni gegangen bin oder zum Arbeiten, habe ich dann ein paar Sonnengrüße gemacht oder mal eine Atemübung, mal die Wechselatmung, das war also die erste Atemübung, die ich mir noch merken konnte außerhalb des Yoga-Unterrichts und die ich dann zu Hause praktiziert habe. Und so ist es dann langsam immer mehr gewachsen. Ja, also ich habe dann irgendwann gemerkt, dass ich durch Yoga einfach einen sehr viel besseren Bezug zu meinem Körper bekommen habe und ich glaube auch das ist so das Ausschlaggebendste bei Yoga, dass wir ja gerade in einer Zeit leben, die so schnelllebig ist und die auch so ein bisschen mit dem Leistungsgedanken oft verbunden ist und bei Yoga ist erstmal der Leistungsgedanke, von dem muss man sich da sowieso verabschieden, auch wenn ich da selber meine Schüler auch immer wieder dran erinnern muss oder mich auch selber dran erinnern muss, weil ich weiß selber noch, wie ich dann immer in den Vorbeugen, also wenn man vorne und überbeugt oder wenn man die beiden Rückseiten dehnt und ich kam da überhaupt nicht weit vorne am Anfang. Also ich war zwar körperlich schon recht fit, aber also flexibel war ich echt alles andere als flexibel. Das war bei mir nicht so lange nicht stark ausgeprägt und ich habe immer so rechts und links geguckt und dachte mir so, wie kommen die denn so weit nach vorne, das gibt es doch gar nicht, das muss doch bei mir auch gehen und habe mich da immer so ein bisschen mit anderen vergleicht und das hat mir auf jeden Fall nicht gut getan, aber auch das ist ein Prozess und ich versuche die Leute auch mal wieder dran zu erinnern, dass jeder Körper anders ist und mittlerweile funktioniert das bei mir auch alles sehr viel besser und ich bin natürlich viel flexibler geworden, aber das ist, wie gesagt, ein Prozess und ein Weg dahin. Deswegen kann ich auch nochmal jeden ermutigen, einfach geduldig mit dem eigenen Körper zu sein und der Körper, der gibt dann irgendwann einfach nach oder man wirkt flexibler, wenn man einfach dran bleibt und regelmäßig übt. Und das Schöne ist eben beim Yoga nochmal zurückzukommen zu der Verbindung mit dem Körper, weil es eben so ein bisschen entgegen unserer heutigen Gesellschaft so ein bisschen ist. Also viele suchen, glaube ich, in der jetzigen Zeit mehr denn je diesen Ausgleich zur, ja, zu der Leistungsgesellschaft, zu dem permanenten Druck und zu dem permanenten Go, Go, Go. Ja, also dass man einfach so eine Bewegung hat, die so ein bisschen dem entgegen geht und Yoga ist einfach so eine schöne Möglichkeit, weil wenn man sich auf seine Matte setzt, erstes Mal kann man sich seine Matte, so stelle ich mir das immer so ein bisschen vor, wie so ein bisschen seinen eigenen Raum vorstellen, auf dem man sich halt einfach ganz frei entfalten kann und Yoga hat ja schon auch viel mit Ruhe zu tun. Also man hat meistens, es wäre eine entspannte Musik und man hat mal nicht so ganz viele Dinge, die man gleichzeitig machen soll, Multitasking, was ja eigentlich eh nicht wirklich funktioniert, aber wir probieren es, glaube ich, alle. Und das ist beim Yoga, fällt das einfach mal weg und man muss sich wirklich mal allein nur mit sich, mit seinem Körper und mit seinen Gedanken beschäftigen und das ist am Anfang schon hart. Also mir ist es super schwer gefallen, allein so mit meinen Gedanken zu sein, weil da kommt natürlich dann so alles Mögliche hoch oder man hat so ein richtiges Gedankenkarussell, dass man das Gefühl hat, man kann gar nicht richtig abschalten. Aber auch das ist total normal am Anfang und auch jetzt habe ich das noch manchmal total oft. Aber Yoga trägt einfach dazu bei, dass das Ganze weniger wird. Und wenn man jetzt, ja, wenn man jetzt eben in so einer Gesellschaft lebt, wie wir heute, dann bleibt einem, finde ich manchmal, um das alles so zu überleben, manchmal gar nichts anderes übrig, als sich immer wieder selber auch so einen Freiraum zu nehmen und so die eigenen, eigene Dinge in das Leben zu integrieren, die einem einfach gut tun und die einen ganzheitlich stärken und die einen auch so ein bisschen auf der geistigen Ebene wirklich zur Ruhe bringen. Und das ist eben alles, was Yoga bieten kann. Und es ist ja nicht so, dass wir beim Yoga nur entspannen und auf dem Rücken liegen oder irgendeinen Mantra singen, sondern man hat eben beim Yoga auch wirklich die Möglichkeit, den Körper ganzheitlich zu stärken. Und was so faszinierend ist, früher, also Yoga hängt ja sowieso ganz, ganz eng mit Ayurveda zusammen, also man sagt so ein bisschen, das ist so eine Schwesternwissenschaft. Und Yoga und Ayurveda geht wirklich Hand in Hand. Wenn man auch zu einem Ayurveda-Therapeuten oder zu einem Ayurveda-Arzt geht, dann guckt er natürlich die Ernährung ganz intensiv an und gibt auch Empfehlungen. Aber wenn man auch mal vielleicht so eine Kur mitgemacht hat, eine Ayurveda-Kur, dann wird man auch schnell merken oder feststellen, dass auch unter anderem Yoga angeboten wird. Weil sich eben, ja, das Medizinsystem Ayurveda, die sind sich alle da sehr bewusst, was man für ganzheitliche Wirkung von Yoga eben erfahren kann. Und auch da weiß man im Ayurveda, dass Ernährung eben nicht alles ist, sondern dass da eben noch so viel mehr zum Thema Gesundheit mit dazugehört, wie eben Geist, Psyche, Körper. Und Yoga und Ernährung, die decken das eigentlich beides sehr, sehr gut ab, die verschiedenen Bereiche. Und mittlerweile ist es auch hier so ein bisschen in der westlichen Welt, in der Schulmedizin auch so ein bisschen übergeschwappt, dass auch hier Yoga immer mehr empfohlen wird und es mittlerweile auch ja ganz tolle Präventionskurse gibt, die auch von der Krankenkasse bezuschusst werden. Also wirklich, da kann man, wenn man chronische Schmerzen hat oder Rückenbeschwerden, da kann man auch wirklich mal mit der Krankenkasse oder mit dem Arzt reden, weil es ja diverse Präventionskurse mittlerweile gibt und die werden dann sogar bezuschusst, was eine total tolle Sache ist. Und da sieht man, dass das langsam immer mehr auch hier ankommt und Yoga erlebt ja gerade so ein bisschen so einen Boom, was super, super schön ist. Manchmal muss ich aber auch lachen, weil es entstehen immer mehr verschiedene Yoga-Stile und am Ende des Tages muss man sich da gar nicht so verrückt machen, weil auch die machen alle nur Yoga. Und Yoga wirkt auch wirklich so ein bisschen therapeutisch und wird eben auch immer wieder therapeutisch auch verschrieben. Und das kommt unter anderem aus dem Ayurveda, ist aber auch jetzt hier in der mästlichen Welt auch sehr aktuell. Und das Faszinierende ist, also ich habe auch, bevor ich jetzt die Podcast-Folge aufgenommen habe, habe ich ein bisschen recherchiert und auch im Vorhinein habe ich auch immer wieder mich da so ein bisschen belesen. Und das Faszinierende ist eben, dass es tatsächlich zu Yoga mittlerweile auch eine ganze Menge an Studien gibt und in der Forschung da auch gerade ziemlich viel passiert. Und was eben so ein bisschen die Quintessenz von allem ist, ist, dass halt Yoga wirklich bei so ziemlich Schmerzen aller Art helfen kann. Also ob das jetzt Rückenschmerzen sind, bis Kopfschmerzen, ist natürlich auch nochmal sehr individuell. Aber dass man da wirklich ganz tolle Ergebnisse erzielt hat von Menschen, die über einen längeren Zeitraum, in Studien war es meistens ungefähr zwölf Wochen, die bis zu fünfmal die Woche Yoga praktiziert haben und die da ganz, ganz tolle Ergebnisse erzielt haben, wo wirklich teilweise chronische Schmerzpatienten sehr viel weniger Schmerzen gespürt haben dann im Nachhinein. Und ich hatte mich dann auch gefragt, wie viele Menschen eigentlich mittlerweile Yoga praktizieren. Und da kann man, in Deutschland kann man sagen, dass ungefähr 3,3 Prozent der Deutschen mittlerweile Yoga praktizieren. Und dass davon, von diesen 3,3 Prozent, 90 Prozent der Menschen eben sagen, sie erleben halt eine deutliche und spürbare Verbesserung durch Yoga und haben wirklich eine Veränderung in ihrem Leben festgestellt. Sie fühlen sich fitter und konzentrierter, was total toll ist, was ich eben selber von meinem eigenen Körper und von meinem eigenen Leben auch wirklich, ja wirklich genauso auch wiedergeben kann. Und in Amerika gibt es nämlich so ein nationales Zentrum für integrative Gesundheit. Es gibt aber auch diese Boston School of Medicine und die, das ist jetzt vor allem in Amerika, aber hier in Deutschland ist es diese Charité-Klinik, das ist eine Universitätsklinik in Berlin und die haben wirklich, diese drei, die sind so recht bekannt dafür, dass sie auch Studien zum Thema eben Yoga da wirklich auch durchführen. Und da hat man eben vor allem gerade bei Menschen mit chronischen Nackenbeschwerden, Schulter-Nackenbeschwerden, da auch ganz, ganz tolle Verbesserungen erzielen können, was total faszinierend ist. Weil wenn ich nämlich auch immer so frage, ja, was für einen Wunsch habt ihr in meinen Yoga-Stunden? Und da kommt immer so Schulter, Nacken, oberer Rücken. Weil durch diese viele sitzende Tätigkeit oder auch gerade durch das viele Handy oder generell durch was auch immer man so macht, ist halt einfach dieser Buckel oder dieses immer nach unten schauen, diese Krümmung auch in der Halssäule, die nimmt einfach immer, immer mehr zu, auch bei jungen Leuten schon sehr, bei Kindern. Und bei Yoga ist es einfach total schön, da entgegenzuwirken, weil man auch viele Rückbeugen, Herzöffner und so weiter hat und dann eben auch so ein bisschen Gegenbewegungen macht. Und das Schöne ist, dass so eine Yoga-Praxis nichts Statisches ist, sondern das verändert sich mit dem kompletten Leben. Also so wie es verschiedene Yoga-Stile gibt, so verändert sich eben auch das Leben. Und ich kann es selber auch von mir selber auch sagen, dass ich angefangen habe damals mit dem klassischen Hatha-Yoga. Und in dem Wort Hatha stecken zwei Wörter drin, nämlich Sonne und Mond, also H und H. Und Sonnenübungen sind viele, also anstrengende Übungen, wo man einfach auch tiefer atmen muss und man eher so ein bisschen schwitzt, also wo viel Energie entsteht. Und dann gibt es eben Mondübungen, die so ein bisschen entspannender, ruhiger sind. Und Hatha-Yoga ist eben eine Kombination aus beiden. Und damit habe ich angefangen und dann kam irgendwann, habe ich mich für meine Ausbildung damals entschieden. Das habe ich damals an der Ostsee gemacht. Da war ich für vier Wochen, weil ich nämlich gerne eine Ausbildung wollte, wo ich mal wirklich eine ganze Zeit lang von allem irgendwie auch so weg bin und mich nur auf Yoga konzentriere. Und das war eine wunderschöne Zeit. Das war vor zwei Jahren. Und dann hatte ich ja gleichzeitig auch noch da die Ostsee dann daneben. Und das war wirklich richtig herrlich. Und da bin ich das erste Mal auch mehr und mehr mit Ashtanga-Yoga in Kontakt gekommen und habe dann auch sehr, sehr viel Ashtanga-Yoga praktiziert. Und jeder, der Ashtanga-Yoga kennt, der weiß, das ist ein ganz sehr, sehr kraftvoller Yoga-Stil, also wo man wirklich ordentlich ins Schwitzen kommt und der Körper ganz schön gefordert wird, was aber auch wirklich ein wunderschöner Yoga-Stil ist und auch sehr ganzheitlich wirkt. Also man hat auch immer wieder Entspannungen zwischendurch und man wird auch sehr flexibel. Und irgendwann kam dann eine Zeit, das war vor allem auch immer wieder durch meine Hüftschmerzen, die ich ja ständig hatte, dass ich einfach das Gefühl hatte, ich brauche einfach viel mehr Ruhe in meinem Leben. Und dann habe ich einfach mehr und mehr Yin-Yoga für mich entdeckt. Und ich kam damals auch erst durch Yin-Yoga mehr ins Unterrichten, weil ich wollte ganz lange eigentlich kein Yoga unterrichten. Ich habe immer allen erzählt, das mache ich nur für mich. Aber in Wirklichkeit hatte ich eigentlich mehr Angst davor zu unterrichten und habe mich einfach nicht so getraut. Und irgendwann habe ich mich dann einfach überwunden und habe mich in einem Yoga-Studio vorgestellt und gefragt, ob sie eine Vertretung suchen und habe dann da angefangen. Genau, und dann bin ich erst mal durch das Yin-Yoga da reingekommen, weil mir das einfach sehr viel leichter gefallen ist, so einen ganz ruhigen Yoga-Stil zu unterrichten und da die eigene Sprache und die eigenen Worte zu finden. Und habe dann erst dann später dann harter Yoga unterrichtet und dann auch meine Ashtanga-Yoga-Stunde. Und genau. Und ich habe dann auch immer mehr gemerkt, dass sich meine eigene Praxis damals auch sehr verändert hat. Also ich habe dann viel mehr eben dieses Ruhige gesucht und habe auch mit der Zeit wirklich gemerkt, dass mir Yoga gerade bei den chronischen Schmerzen so gut getan hat. Also ich hatte immer das Gefühl, wenn ich Yoga mache, habe ich 90 Minuten lang überhaupt gar keine Schmerzen. Durch was das jetzt genau so war, kann ich gar nicht sagen, ob es einfach nur war, weil ich daran geglaubt habe oder weil ich dann einfach sehr gedehnt dann auch war. Und auch vor allem, was mir immer wieder aufgefallen ist, dass ich sehr wenig Schmerzen empfunden habe, wenn ich so richtig im Moment war. Also wenn ich mich wirklich nur auf den gegenwärtigen Moment konzentriert habe. Und das hat beim Yoga immer sehr, sehr gut funktioniert, weil ich eben den Atem mit der Bewegung verbunden habe. Und deswegen kann ich halt einfach nur jedem aus eigener Erfahrung empfehlen, wenn man irgendwie chronische Schmerzen oder generell Beschwerden hat, ob das jetzt psychisch oder körperlich ist, ist ganz egal, dass man mehr und mehr halt einfach Yoga in seinen Alltag integriert. Und vor allem wird das total schön, wenn man das zu so einer festen Routine macht. Weil bei mir ist mittlerweile, ist mein Leben halt so manchmal ein bisschen chaotisch, weil mein Alltag sieht jeden Tag komplett unterschiedlich aus, was auch total schön ist. Und ich das ja auch selber so mag und mir so erschaffen habe. Aber manchmal, auch gerade wenn ich so viel unterwegs bin, dann merkt man im Ayurveda so ein bisschen, dass das Water steigt und dass ich einfach dann, ja, einfach manchmal mich total schnell so gestresst fühle. Und was bei mir aber immer gleich ist und was ich über alles liebe und was ich nicht missen möchte, ist meine Morgenroutine. Weil da habe ich nämlich ganz intensiv Yoga integriert. Und das startet halt bei mir immer morgens, indem ich halt aufstehe. Und ich habe dann immer so eine kleine Routine im Bad, dass ich mir so die Zunge schabe, Zähne putze und so weiter. und mir dann heißes Wasser mache. Das wechsle ich auch immer wieder. Manchmal mache ich mir auch einen grünen Saft oder ich mache mir Zitronenwasser. Also da bin ich immer ein bisschen flexibel. Und dann setze ich mich wirklich, rolle ich meine Yogamatte aus und dann liebe ich das manchmal gerne, so ein paar Seiten in einem schönen Buch zu lesen. Und danach mache ich halt eine halbe bis dreiviertel Stunde, manchmal auch eine Stunde, manchmal nur fünf Minuten. Das ist immer sehr, sehr unterschiedlich, wie viel Zeit ich gerade habe oder wann ich eben aufgestanden bin, wobei ich das eigentlich immer zur relativ gleichen Zeit mache. Und dann mache ich halt wirklich Yoga. Manchmal mache ich das über ein Video oder ich habe selber einen Flow oder ja, manchmal mache ich auch nur einfach viele Atemübungen. Das ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Und das tut mir halt einfach so richtig gut, weil das ist so eine Konstante in meinem Leben, wo ich dann auch den Rest des Tages so ein bisschen weiß, ich habe jetzt schon Yoga gemacht und fühle mich dann auch einfach gut und muss mich dann auch den Rest des Tages gar nicht mehr so viel mit allen anderen beschäftigen und bin dann auch so ein bisschen bei mir in der Mitte und also ausgeruht, aber gleichzeitig auch gestärkt. Und mit was ich eben noch nie so gut zurechtkam, ist immer so ein, es sind so bestimmte Kurse oder auch andere Dinge, wo ich irgendwie nach einer halben Stunde das Gefühl habe, ich sterbe und mir tut alles weh. Ich schwitze zwar jetzt nicht verrückt und mache vielleicht gerade irgendwo ganz viel für meinen Körper, aber ich bin total fertig danach. Das hat für mich noch nie so funktioniert, weil ich danach dann wirklich fertig bin. Also dann kann ich auch nicht richtig in den Alltag starten und dann brauche ich halt lieber so eine Mischung aus Anstrengung und Entspannung. Das tut mir einfach viel besser. Genau. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, dass ich dann die Ausbildung gemacht habe und irgendwann auch angefangen habe zu unterrichten. Und dann irgendwann habe ich dann auch angefangen, mehr und mehr zu unterrichten. Das kann ich auch nur jedem empfehlen, der eine Yoga-Lehrer-Ausbildung gemacht hat, das weiterzugeben und wirklich anfangen zu unterrichten. Auch wenn der Schritt von der Ausbildung hin zum Unterrichten ein sehr großer ist und ich da total nachvollziehen kann, wenn man da viel Respekt hat. Aber da gilt wieder dieses Einfachmachen und sich nicht so viele Gedanken machen. Weil am Anfang geht natürlich einiges schief. Das ist total normal. Aber es gehört auch dazu und man lernt einfach und man wird mit der Zeit dann einfach immer besser. Und mittlerweile ist es so, also ich habe dann auch noch eine zweite Yoga-Lehrer-Ausbildung gemacht und was immer wieder bei uns auch aufgetaucht ist, ist das Kundalini-Yoga. Und Kundalini-Yoga ist so ein ganz anderer Yoga-Stil. Das geht so ein bisschen mehr in das Energie-Yoga. Und zwar, ich hatte da schon mal eine Podcast-Folge zu den Chakren, ich glaube, ganz, ganz am Anfang gemacht. Das müsste eine der ersten Podcast-Folgen sein. Die könnt ihr euch auf jeden Fall gerne nochmal anhören. Und zwar arbeite die ganze Arbeit Kundalini-Yoga ganz intensiv mit den sieben Chakren zusammen. Und das ist ganz anders als das Yoga, was die meisten Leute gewohnt sind. Weil man, das sind sehr intensive Übungen teilweise und man hat auch viele Atemübungen und man verbindet die Übungen oft mit einem Mantra, also dann mit einer bestimmten Intention. Etwas, das man im Geist immer wieder wiederholt. Und das hat mich so gepackt. Also das war, als ich das das erste Mal gemacht habe, fand ich es auch wieder furchtbar. Das sieht man mal, dass man nicht immer gleich Dinge nur einmal ausprobieren sollte, sondern manchmal dauert es ein bisschen. Das ist bei mir auch manchmal mit einem Buch oder mit einem Lied so, dass ich das erst mal gar nicht mag und dann höre ich es nochmal und nochmal und irgendwann gefällt es mit. Und so war das mit Kundalini-Yoga auch, weil ich am Anfang immer dachte, oh nee, also das ist ja schrecklich. Weil im Gegensatz zum harter Yoga oder zu anderen Yoga-Stilen heißt es ja da immer viel, hör auf deinen Körper und geh nicht über deine Grenzen hinweg. Und im Kundalini-Yoga heißt es eben, geh über deine Grenze, nicht aufhören, wenn du das Gefühl hast, dir fallen gerade die Arme ab oder ähnliche Dinge, sondern geh da drüber hinweg, weil man sich das so vorstellt, dass man eben diese Grenze im Kopf hat. Und wenn man über diese Grenze hinweg geht, dann dann ist man halt praktisch frei oder dann ist man einfach, dann überträgt sich das auch wirklich ins Leben. Weil wenn das Leben dann hart wird, dann hat man einfach eine Möglichkeit, da ist gestärkt, einfach weiterzumachen und weiterzugehen und dann nicht aufzugeben. Und ich kann halt sagen, seitdem ich das so integriert habe und man praktiziert das meistens in so Krias, das sind so Abfolgen und da macht man teilweise die dann mal 40 Tage am Stück, dass mein Körper sich halt so richtig gestärkt ist. Und wie es halt oft so ist, wenn man einfach sich für irgendwas so fasziniert, dann möchte man das gerne auch weitergeben. Und deswegen werde ich dieses Jahr noch eine Kundalini-Ausbildung machen. Ich freue mich so sehr, weil ich habe das Gefühl, das habe ich mir so ein bisschen selber zu Weihnachten geschenkt. Ich bin total gespannt auf die Reise. Das wird auch so das Ganze ja dauern und bin super, super gespannt und freue mich total auf alle möglichen Erkenntnisse. Ich werde sie dann sicher auch hier im Podcast teilen und euch da so ein bisschen mitnehmen. Und das zeigt aber gleichzeitig auch, dass halt nichts im Leben halt so fest ist. Also dass man sich mit, weder mit einem Yoga-Stil noch mit einer festen Ernährung, dass man sich halt mit nichts irgendwie so festfahren muss, sondern dass man einfach so ein bisschen offen mit dem Flow des Lebens halt geben kann. Und im Yoga sagt man so ein bisschen, wenn man eine flexible Wirbelsäule hat, dann ist man auch flexibler im Geist. Und wenn man flexibler im Geist ist, dann hat das eine Auswirkung auf die Gesundheit und man ist flexibler im Leben. Und das ist meiner Meinung nach eben etwas, was Yoga einfach total mit sich bringen kann, dass man einfach einen flexibleren Geist bekommt, sich mehr mit dem eigenen Körper verbindet, und gleichzeitig aber auch noch wirklich den Körper ganzheitlich stärkt. Und das ist wirklich nur etwas, was ich jedem Menschen ans Herz legen kann. Wenn er noch nicht Yoga ausprobiert hat, einfach mal Yoga ausprobieren, mal zu gucken, ob es in der Nähe einen Kurs gibt oder vielleicht auch erst mal online ausprobieren mit irgendwelchen Videos. Da gibt es ja auf YouTube auch total viele. Da einfach schauen, dass es wirklich was Ordentliches ist und nichts bisschen, ja, jemand ist der, ihr wisst sicher, was ich meine, der irgendwelche, irgendeinen Yoga-Unterricht macht und dann vielleicht gar kein Yoga-Lehrer ist und kaum Erfahrung hat und so weiter. Aber das erkennt man meistens, also da vertraue ich euch. Und ansonsten gibt es ja auch total viele Online-Yoga-Studios, die man buchen kann. Und wenn es auch für den Anfang erst mal ein Yoga-Kurs im Fitnessstudio ist, also auch das ist eine total schöne Möglichkeit, um da erst mal so ein bisschen reinzuschnuppern und das kennenzulernen, ja, also da ist auch nichts verboten und es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten. Und wenn es auch nicht vielleicht gleich Yoga im körperlichen Sinne ist, dann vielleicht das so ein bisschen mitnehmen, dass man sich eine kleine Morgenroutine aneignet und da zum Beispiel einfach eine Atemübung macht oder ganz bewusst auf seinen Atem achtet oder eine kleine Meditation integriert. Also das kann ich nur jedem empfehlen, weil es einfach so wertvoll ist, sich mit sich selbst zu beschäftigen und ich sage immer, wenn man das nicht einsieht, für sich selber zu tun, für wen denn dann? Weil man selbst ist die wertvollste Investition im ganzen Leben und man profitiert davon einfach so sehr und es überträgt sich auf so viele andere Lebensbereiche. Genau, das war jetzt erst mal meine Podcast-Folge zum Thema Yoga und ich hoffe sehr, dass sie euch gefallen hat, dass ihr einiges davon mitnehmen konntet. Ich freue mich riesig, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst und ihr den Podcast bewertet und es hilft einfach so sehr dabei, dass der Podcast noch größer wird und noch mehr Menschen erreicht. Herzlichen Dank auch an Brain Effect für die Unterstützung der heutigen Podcast-Folge. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes und ansonsten vielen lieben Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder. und wir hören uns bis zum Zuhören. Bis zum Zuhören. Bis zum Zuhören. Bis zum Zuhören. Untertitelung des ZDF, 2020